Willkommen zurück, Abenteurer und omniplanetarische Reisende, auf Pyros, die heiße Heimat von Inferno. Auch Warmblüter müssen sich mal abkühlen, vor allem wenn es so heiß hergeht. Es ist ein Feiertag auf Pyronid-Art. Tradition 1, ein hitziges Rennen auf die Spitze des Berges Helios, der größte, fieseste Vulkan auf ganz Pyros. Tradition 2, die Flucht vor den feurigen Lavadrenns. Genug der Aufregung, jetzt wird es Zeit für etwas Cooles. Tradition 3, das Eisei wird in das geschmolzene Herz von Pyros fallen gelassen. Eine Kettenreaktion entsteht, die den Planeten vor Überhitzung bewahrt und die Lavalandschaft abkühlt. Sie ist gleichzeitig Startschuss für die größte Party des Planeten. Jausa! Mir ist die Sache aber immer noch zu heiß. Weiter geht's!